Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir mit German Castrop und Holzkopf im Zug unterwegs. Holzkopf auf seiner SU 100Y und German Castrop auf seinem KV-2. Das ganze auf der Karte Himmelsdorf. Eigentlich ganz gute Karte vom KV-2. Hat unser Holzkopf mit seiner SU größere Probleme. Das tut gut. Alle beide KV-2s anvisiert und durch die Dachluge gekommen. Da lacht das Herz. Definitiv tut das weh. So jetzt kommt noch ein KV-3. Das war nicht gut was er da gemacht hat. Unser VK 3601. Da gab es 900 in die Seite. Oder jetzt sie gerade eben beim 45 TB. Gegen so eine 152 Millimeter Kanone. So, 5 zu 5. Und da ist noch ein KV-2. Und da hat er schon einen dritten Kill. Unser Holzkopf hatte glaube ich nicht so eine gute Runde. Er ist schon rausgegangen. Ich glaube das Gegner-Team hatte die rechte Seite doch hart gepusht. So, aber jetzt gibt es trotzdem nur noch 3 Artis. Vom Gegner-Team. Warum er jetzt nicht aufs Feld gefahren ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte er ein Gegner-Team oder seinem Team noch ein bisschen Schaden geben. Oder gehen. Aber schöner Sieg. Schöner Schaden. Kann man nicht meckern. So, kommen wir nochmal zu die Postgame-Stats. Das war 1. Klasse, Wirkungsfeuer, Schläger und Großkaliber. 2684 Schaden gemacht. 108 ermöglicht. Holzi hat auch 1412 Schaden gemacht. Der 2. Best im Team. Also wirklich schöne Runde für den Zug. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.